Es ist Frühling und du hast noch keine Lehrstelle. Du hast vielleicht den Druck von deinen Eltern, deinen Lehrpersonen oder deinen Kolleginnen und Kollegen, dass du noch keine Lehrstelle gefunden hast. Plan A und Plan B haben vielleicht nicht funktioniert. Aber keine Angst, ABC ist noch lange. Bis offen für neue Ideen und Lehrstellen. Und es gibt Unternehmen, in denen du heute schnuppern kannst und den Sommer noch mit den Lehrstellen anfangen. Es gibt viele Betriebe, z.B. im Detailhandel oder in der Industrie als Polymechaniker oder Konstrukteur, die von jetzt auch noch lernend einstellen. Gehe auf sicher, dass die Lehrstelle noch frei ist. Läute an und frage nach. Dann schaue, dass deine Bewerbung einzigartig ist und man sieht, dass du für diesen Sommer noch eine Lehrstelle suchst. Als Beispiel konnten wir letztes Jahr einen helfen, wo sie im Juli noch eine KV-Lehrstelle gefunden hat. Sie hat zwei Wochen nach Vertragsunterschrift mit der Lehrstelle angefangen. Bewirb dich jetzt für die offenen Lehrstellen den Sommer. Und denk dran, du bist nicht allein. Wir sind immer für dich da. Da! 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 Vielen Dank.